Wir haben heute schon mehrfach darüber gesprochen, in Österreich haben die Geheimdienste nicht die Möglichkeit, verschlüsselte Dienste wie beispielsweise WhatsApp oder Signal zu überwachen. Ihre Organisation Epicenter Works hat sich in der Vergangenheit immer strikt dagegen ausgesprochen, einen Bundestrojaner einzuführen. Hat die aktuelle Situation daran etwas geändert? Also man muss ganz klar sagen, wenn wir jetzt schauen, wir sind in Österreich wirklich auf einer Insel der Seligen. Der Verfassungsgerichtshof hat das ja auch schon bestätigt, dass es wirklich, wenn wir verschlüsselte Kommunikation überwachen, wenn man das möchte, dass es ein dermaßen tiefer Eingriff ist, dass es so nicht geht. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, worum geht es insgesamt. Wir wollen alle in einem sicheren Land leben, wir wollen in einer stabilen Demokratie leben. Und wenn wir jetzt in Länder schauen, in denen Spionagesoftware eingesetzt wird, dann sind es dort genau diese Menschen, Journalistinnen wie Sie und Ihre Kolleginnen zum Beispiel, die als erstes dann Opfer von Spionageangriffen werden. Jetzt sagt die Polizei allerdings, uns sind die Hände gebunden. Wir können Terroristen, potenzielle Terroristen, nicht gut genug überwachen, weil die eben genau über diese Dienste kommunizieren. Sie sagen trotzdem, das muss man in Kauf nehmen, weil die Gefahr zu groß ist, dass es zu einem Missbrauch kommen könnte. Man muss dazu, glaube ich, genauer verstehen, wie sowas funktioniert, solcher Spionagesoftware. Also wir reden da nicht einfach von einem Zugriff auf einen bestimmten Chat. Das ist einfach technisch nicht möglich. Also wir haben immer einen Komplettzugriff auf das gesamte Telefon mit allen Passwörtern für die Bank, mit allen Fotos, mit allen Cloud-Zugängen und so weiter. Und dieser Zugriff, das lässt sich auch nicht einschränken auf nur einen Ermittler zum Beispiel, der dann diesen Zugriff hat, sondern das steht allen offen, die dieses Wissen haben, also auch allen Kriminellen. Das heißt dann, unsere Telefone wären dann offen, dass jeder Kriminelle, der dieses Wissen hat, auch auf unsere Passwörter, Familienfotos, auf unser Mikrofon und so weiter zugreifen könnte. Warum könnte dann jeder zugreifen? Liegt das dann nicht in den Händen der Polizei? Das ist einfach, wie diese Software funktioniert. Also man kann verschlüsselte Nachrichten nur zugreifen, wenn ich auf das komplette Telefon einsteige. Also diese Hintertüren, über die diese Software funktioniert, die liegen einfach so tief in den Telefonen drinnen, dass es automatisch immer ein Komplettzugriff auf das ganze Handy ist. Und das ist einfach in der heutigen Zeit, muss man sich bewusst sein, was das bedeutet, da steckt das ganze Leben drinnen. Jetzt wird aber immer angeführt, dass es in allen anderen Ländern diese Möglichkeit bereits gibt und Österreich hier ein Schlusslicht ist. Ist allen anderen Ländern, allen europäischen Ländern der Datenschutz, die Sicherheit der Daten egal? Ich glaube, wie gesagt, also in Österreich sind wir da wirklich auf einer Insel der Seligen, was jetzt die Sicherheit in dem Bereich anbelangt. Wir haben da wirklich eine Vorreiterrolle beim Schutz eben von solcher Spionage. Wenn wir jetzt in Länder schauen, in denen das möglich ist, zum Beispiel bei unseren ungarischen Nachbarn. Dort wurden RechtsanwältInnen ausspiniert, es wurden JournalistInnen ausspiniert. Das sind Leute, man muss sich das vorstellen, man stellt eine Anfrage an einen Politiker zum Beispiel oder man äußert öffentlich seine Meinung über die Regierung und wird dann sofort angegriffen mit Spionagesoftware. Also das ist passiert in Ungarn, das ist passiert in Polen und das hat ein extremes, also das destabilisiert ein ganzes Land extrem, weil einfach diese Menschen, die Korruption aufdecken, die für die Sicherheit in einem Land sorgen, genau die dann ausspioniert und mit so Spionagesoftware angegriffen werden. Und ja, in Polen zum Beispiel sehen wir, das hat eine ganze Demokratie zerstört. Aber ein Gesetzesentwurf zu einem Bundestrojaner, der würde ja vorsehen, dass gewisse Instanzen zustimmen müssen, ob eine Überwachung eines bestimmten Geräts möglich ist oder nicht. Und da sehen Sie nicht, dass es dann sozusagen eine gewisse Sicherheit geschafft werden könnte, wenn mehrere Instanzen dieser Überwachung zustimmen müssen. Wenn es dann vielleicht um einen Journalisten oder eine Journalistin gehen würde, dass sie sagen, nein, hier besteht kein Grund? Man sieht ganz klar, also diese Sicherheitsinstanzen, die gibt es in anderen Ländern auch und das funktioniert in der Praxis einfach nicht. In Griechenland zum Beispiel wurden Richterinnen ausspioniert, es wurden Rechtsanwältinnen ausspioniert. Also genau die Personen, die eigentlich dann dafür zuständig sind, da zu schauen, dass das alles mit Sicherheit und mit rechten Dingen zugeht, genau die werden dann angegriffen. Jetzt heißt es aber, dass die österreichischen Geheimdienste auf Hinweise aus dem Ausland angewiesen sind, nämlich von jenem Ausland, das die Möglichkeit hat, diese Systeme zu überwachen. Was lässt das für ein Bild von Österreich zurück? Wir haben auch von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst gehört, dass die Zusammenarbeit in Österreich sehr gut funktioniert, auch mit den internationalen Behörden und Nachrichtendiensten und dass auch Österreich Informationen ins Ausland gegeben hat. Also die Zusammenarbeit dürfte sehr gut funktionieren und auch, man sieht, es wurde in Österreich auch, waren auch diese Gruppe rund um einen Jugendlichen, war auch schon bekannt. Also das dürfte in Österreich sehr gut funktionieren. Man muss da wirklich schauen, was das längerfristig auch bedeutet in den Ländern. Also es wird immer so als Vorteil dargestellt, aber das kann man, glaube ich, so vergleichen, das ist, wie wenn jetzt andere Länder irgendeine schädliche Energiequelle verwenden. Das ist vielleicht billig, aber produziert Unmengen an CO2. Und nur weil das andere Länder jetzt machen und wir vielleicht von billigem Strom produzieren, bedeutet das noch nicht, dass es eine gute Idee ist, das auch in Österreich umzusetzen. So wie ist die Schule? Das ist wahr? Bis zum nächsten Mal.